Moin, der Bitcoin-Beobachter ist wieder hier und es geht weiter aufwärts. Das ist sowieso das Schöne beim Bitcoin, wenn es längere Zeit, manchmal wirklich auch wochenlang, immer wieder abwärts geht. Eines Tages ist es soweit und dann geht es wieder tagelang aufwärts. Wir haben, glaube ich, jetzt eine ganz gute Glücksträhne, könnte man sagen. Man weiß natürlich nicht, wie lange das geht. Vielleicht geht es noch mehrere Tage so weiter, vielleicht geht es morgen auch erstmal wieder ein Stückchen runter. Wir werden wahrscheinlich noch sehr viele auch plötzliche Ab- und Aufbewegungen erleben in den nächsten Monaten. Davon gehe ich jedenfalls einfach mal aus. Das sind so die Erfahrungswerte, die ich in den vergangenen Jahren gesehen habe, also die als Erinnerung hier im Kopf hängen geblieben sind. Natürlich kann man da nicht 100% auf die Zukunft schließen, aber es sagt natürlich schon einiges aus. Aktuell ist der Preis bei 39.956 Dollar. Da haben wir wieder ein Plus von ungefähr 3,3% auf den Tag. Auf die Woche sogar 31,7 und auf den Monat immerhin noch 14,13. Und ja, das sieht weiterhin sehr gut aus. In Euro sind wir bei 33.866. Und ich habe vor kurzem gelesen, dass hier PayPal möchte gerne noch seine Bitcoin-Funktionen erweitern. Man kann da ja derzeit eigentlich nicht sehr viel mehr tun, als Bitcoin kaufen und verkaufen. Und ich glaube, das ist auch von Land zu Land noch unterschiedlich. Ich habe hier in Deutschland in meinem PayPal-Account noch gar nichts von Bitcoin gesehen. Ich habe aber noch nicht danach gesucht. Werde ich vielleicht nachher gleich mal machen. In England will man demnächst auf jeden Fall Bitcoin-Trading etablieren über PayPal. Und auch das Zahlen mit Bitcoin an externe Wallets soll bald möglich sein. Da ist also PayPal jetzt eine App, die wir entwickeln. Ja, da muss man noch ein bisschen abwarten. Wie das genau aussehen wird, ist noch unklar. Aber auf jeden Fall tut sich da wieder so einiges. Und das mag sich auch auf den aktuellen Bitcoin-Kurs ein wenig positiv auswirken. Vielleicht geht es die nächsten Tage dann wieder noch weiter bergauf. Das hoffe ich einfach mal nach den doch jetzt recht großen Verlusten. Ich denke immer, es gibt immer noch viele, die jetzt relativ spät eingekauft haben, die vielleicht immer noch bei 30% im Minus sind mit ihren letzten Einkäufen. Aber gut, da muss man einfach mal warten. Das wird bestimmt noch weiter aufwärts gehen in den nächsten Jahren. Da lege ich zwar nicht meine Hand für ins Feuer. Ich habe keine Kristallkugel. Aber man kann davon ausgehen schon. Das ist natürlich spekulativ. Aber die Chancen stehen ganz gut. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis zu meinem nächsten Video. Bis zu meinem nächsten Video. Vielen Dank.